ich drücke einfach mal H weil dann hol ich mir jetzt gleich ein kritisch Upgrade oh ja ich hab mal gerade auch zu größen und kritisch Upgrade nö also become Creed Boost für meine Kanten Creed Upgrade habe ich nicht, ich habe Resistenz nö ich nur Resistenzen gehe ich jetzt erstmal nicht, das ist mir zu doof so ich habe 8 von 24 Kugeln geil 8er Magazin mit dem Ding von wie schnell der jetzt nachliegt, guck mal oder mal, stehst du bei mir in der Nähe? guck mal, ja zack schießen wir das ganze Magazin leer und den laden wir nach da, das war's alter, lädt er schnell nach, ich habe jetzt 5 ich habe jetzt 5 Schuss mit der hier, das ist geil F4 ich gehe aber wieder runter ich gehe auch rum aber der große Heavy wird böse aber ich glaube, das ist machbar, einfach nur weil es jetzt normal ist also total haben wir gerade ein B-Ranking und letzte Welle hatten wir 4 ein C FM-Star, drück mal F4 oh der Heavy, mal gucken wie der wird ah, den kriege ich eigentlich mit meinem Ding nicht mehr ist das da unten eigentlich die Lebensanzeige vom Heavy? ich stammel mal kurz das ich wollte die auch gerade machen endlich summer din 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 alle werden dann hier gemützt das war's halte ein Schuss und der war weg äh, irgend da, da, da jawohl geil, 800 schöne Punkte warte ich gehe mal so zur Upgrade Station zu kommen ist geil per Raketenjump so, was mache ich denn? ich habe so viel mit 800 Projektilgeschwindigkeit nee, Schussfrequenz und was war das andere? kritische Schaden ich gehe einmal auf Gesundheit bei Abschuss und einmal auf Schaden und dann gehe ich jetzt noch einmal auf Feuerresist Feuer ist ja auch mal immer noch nicht nein, ich bin noch nicht ready nein nur Flori ist wieder nicht ready und Christian läuft da unten wieder rum da habt ihr ja ready Christian, du darfst auch ab und zu mal reden das weißt du? ja laber ruhig durch ja, du kannst ruhig die ganze Zeit labern wenn du willst ey, der steht immer hier an meinem Ding, was? wenn ich mich dann glatt vor allem meine ganzen Bomben liegen ja immer noch von der vorletzten Runde unglaublich ah, da kommt was war jetzt eigentlich? ich habe ein drei große Soldier habe ich gesehen und da kommt schon einer da weiß ich kann einmal kurz rein der große Soldier hat gerade ein Creed Dings jawohl, wer hat ihn? ja, ich habe ihn auch mit, oder? ich weiß nicht also ich habe ihn nicht gekriegt da kommen aber noch welche von Geld, Geld, Geld da kommt der nächste, glaube ich geil, ich komme noch oh, schade ich dachte schon, ich komme noch leben zurück ganz knapp das ganze Geld eingesammelt, ey oh Gott da ist ja gerade recht mächtig die Hölle los ey 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 aber ey ey ich war immer scheiße ich war kurz bevor ihn noch vielleicht zu verletzten deswegen geht da rein SPICE! Wollt ihr mich ver- Ja mich auch! Ah super! Deswegen 8 Uhr nacht Komplit Cool Das ist einfach! Die nächste Welle ist super einfach Äh, nur Scouts und Sniper? So schwer ist es auch nicht Ein auf Nachladegeschwindigkeit Ein auf Schussfrequenz Und noch ein auf Schussfrequenz Und ich hab nicht zufällig noch Nö, aber das mach ich einfach Wegen den Scouts Wegen den, äh, Snipern Snipern So viel mit S, ey Zum Rechen Aber wenigstens, das ist mal ne gute Runde Jetzt ist schon 7 von 8 Vor allem Wie schnell er meine 5 Re... Flori? Guck mal Hier zu mir Alter Und wie schnell er die 5 nachlädt Ich seh dich immer nur so zucken So zuck Das ist der Hammer, geil Ich krieg 4, ich krieg Bei einem Sprung krieg ich Fast alle wieder abgeschossen Alter, wie schnell der die abfällt jetzt Ich hab Schussfrequenz höher gemacht auch Drückt er 4 Drückt er 4 Drückt er 4 Aber dann haben wir wenigstens eine Runde, die wir ordentlich durchgespielt haben Ah, Young Soll ich irgendwie sehen, wie viele Kills ich hab? Ne, ne? Ne, bei Shift steht das nicht mehr drin, da steht nur noch Klaas Ach da 43 nur, was? Ich hab 61, Tode 4 und Helfer 37 Ich hab sogar Verteidigung 9 Du On One 150 scheiß Scouts Ich komm da oben Die laufen da oben Hey, hey, hey Herr Fakke, die kommen ja von da hinten Toll Krass, ja Rocketjunt.com Da können Philipp sich echt anmelden Nein, nein, das ist da grad so geil aus Oh Gott, Sniper Boah, kommt hier grad ne Menge an alle weggebombt Zwei Stück sogar, zwei Sentry Buster Boah, Alter Ich wurde von beiden Wurde du auch mit weggeschränkt? Wie ich grad geflogen bin Ich hab schon wieder diesen Neon-Fennigter bekommen Was ist denn das? Das ist, das ist für nen Scout, glaub ich Ne Nahkampf Oder Ne, für nen Pyro Hat die Bombe verteidigt Die Bombe verteidigt aus dem Hinsatz Da oben liegt auch noch Geld Alter, ich verteil hier grad ein bisschen Geschenke, weißt Die kriegen da unten alle Schaden überall Die ganzen Scouts Vor allem rennen mit da rein Hammergeil Die kommen gar nicht durch jetzt gerade eben Oh Gott, danke Irgendjemand hat Warte, da ist noch ein Aha Spawn hier grad wieder Sniper Alter, was hier gerade abgeht, ne Die sind alles hackt Hammer, krass Ich drück einfach mal H Aha Pissst euch Da oben Ja, wir sind gleich fertig Sammle die Cola ein Da bin ich auch gerade dabei Einer Struck, eine Ja Sammle die Cola ein, die restliche Nicht aufgesammelt Zwölf Sechs Nein, sechs Einer ist noch irgendwo Oben irgendwo Ich seh grad nichts Stimmt, letzte Runde Oh, naja, es geht Guck mal, was wir haben Schaden Magazingröße Und das war's 32 Alter, ich mach allein schon so viel Wenn ich jetzt die ganze Menge Feuer Und der so schnell nachlädt Ey, das ist geil Die Anzahl Die Anzeige unten Kommt bei mir gar nicht mehr nach Wenn ich nachlade Beziehungsweise Feuer 59 Kills Ich hab in der Runde 20 Kills gemacht Krass, das ist heiß, ey Ich kau mal ein auf dem Magazin Ich hab eine Menge geballert Und wenn die alle ankamen, weißt Kann er das nicht wie vorne? Ach da Ich hab 50 Kills grad Baby Sammle das Shorty's Kills Und dann nehme ich nochmal Füllt Magazin auf Oder Eigentlich Teleporter Spawn lieber Äh Was? Ich stell mich vorhin, man Die ist geil Oh, geil Loser Ja, Christian lacht wie ein Beklopter Christian, du redest so wenig Ja, was soll ich denn sagen, wenn ihr die ganze Zeit redet Ich kann euch ja schlecht unterbrechen Doch, kannst du Ich unterbreche Florio doch auch immer die ganze Zeit Ich unterbreche ihm auch Eben sehr erzeugend Ich unterbreche Leute nicht Einfach zum Beispiel Ja, tot, tot, tot Philipp, mach mich dann bereit Achso Das ist die letzte Welle Zwei große, die eigentlich einfach Zwei Medics Ja, dann steht er gewonnen Dann ist fertig Kommt er ein Panzer? Aber es kommt Ja, aber es kommt zwei Der kommt bestimmt später Aber es kommt Ein großer Heavy Ein großer Soldier Doch, wenn ich mir den Bomben Ich hab einmal Ich hab einmal Teleport to Spawn drin Das heißt, falls sie hinten sind Oh Gott Und wie die einfach mal alle sterben Am besten erst auf dem Medic, oder? Oh nein Ja, ja, der hat gerade kritisch Oh, schnell, weg der Scheiß Kritisch Ja, voll Abgezogen, abgezogen Schönes Ding, ey 4, 5, 6 Der ist gerade unverwundbar Oh, fuck Der kommt immer näher Oh Gott, die sind schon bei uns Hier am links Ich guck grad schon Wenn er nicht Unverwundbar wäre Könnt ich ihn jetzt Niedermachen Da Oh Gott, der Panzer ist da Geile Scheiße, Bro Ich geh zum Panzermann Oh, fuck, Alter Der Typ ist wieder unverwundbar Wie das Hassel Oh Gott, der große Soldier Jetzt schnell Fuck Oh, Loft sagt Soll ich euch jetzt mal nähen Loft kann sich mal ins Knie ficken Wenn er jetzt weiter schreibt Na gut, tut mir leid Weil ich hab gerade keinen Bock Du wirst die Aufnahme wahrscheinlich sehen Aber es geht mir grad so hoch Und sagt Ah, ne Da, der Panzer Panzer, 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 Panzer Der stehst grad Ich hab keine Munition mehr Oh, fuck Das schaffen wir nicht Oh Oh, man Ich hab keine Munition mehr Was jetzt? Auf dem Panzer Jetzt nicht wieder Hey, Leute, das wird nichts Ich komm Ja, und schon geht's hier Oh, doch Geile Scheiße Du schaffen willst Muss da jetzt aber so bleiben Ich glaub, na Fuck Stay in the same Alter, stimmt, ich treff Komm, das schaffen wir Scheiße, ich bin verreckt Ich, nee, nee Nein, ist Weg Weg Nein Mach den Panzerkampf Warte Tot Ja, das gibt sogar einen Erfolg Das gibt sogar einen Erfolg, Leute Weil letzte Sekunde des Bombenabwurfs töten Geil der der hat auch gerade drei viertausend neun 11 credits was kriegen wir ein Kredit Rating A fertig er bringt sich noch mal selber um ich kann meine Waffe nicht mehr sonst die Aufnahme auch erst mal unterbrechen ja dann beenden wir die Aufnahme würde ich sagen bis zum nächsten Mal ich bin wieder drei zu dritten ok dann sag ich tschüss und die anderen beiden auch und bis zum nächsten Mal